Ah, meines Bruders Hüter. Ja. Dann mal da hoch. So. Geht's jetzt weiter? Sieht so aus. Hey, was ist das? Das nennen man Fußspuren. Fußspuren? Sam! Ja, verdammt. Ich bin sicher, er ist schon über eine Berge. Mal zu dem gruseligen Berg. Sam retten und dann nichts wieder hier. Ja, morgen werde ich über all das lachen. Davon geh mal aus. Geht's hoch. Wie? Alter. Er krabbelt da ein Ding an rum, da würde ich niemals rumlatschen, ne? Nicht zu empfehlen für Leute mit Höhenangst. Wie mir. Das ist ein Ausblick. Guckt euch das mal an, ne? Das ist geil aus. Krasser Scheiß, oder? So. Ja. Darunter fallen ist keine Option. Jetzt sind wir nirgends rein, oder so. Ja, aber da kommen wir nicht weiter. Ach, doch, da drüben geht's weiter, okay. Einmal darüber. Oui. Dann mal los. Zurück auf der Spur. Die Fußspuren enden hier. Ja, vermutlich ist er da hoch, ne? Ah, da oben kann ich mich... Oh, komm schon, wo ist der hin? Ah, da hinten, der Schatten an der Wand ist auch geil. Da hoch, wo soll er denn sonst hin sein? Weh. Nein, nein! Nein! Da war er wieder der Abgang in den Dschungel. Ah, und jetzt? Da hoch, da rüber, da hoch. Dann da rüber, und diesmal nicht fallen lassen nach Möglichkeit. Boah, Alter. Das war knapp. Na, guck dich jetzt mal an, wie krass das aussieht da unten mit den... ...den Wolken und so. Richtig übler Scheiß. Okay, wo geht's hier weiter? Ursprung? Boah. 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 ина Krame. Das war ganz feuchte Hände, ohne Witz. So, da lang, da hoch. Darüber sitzt du. Ui, 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 was eine Kletterei. Oha, nicht abstürzen, Alter, nicht abstürzen. Okay, dann müssen wir da rüber. Ja, komm, streck dich. Jetzt. Da runter. Okay. Sieht aus wie ein Camp, als hätte hier oben einer gecampt. Gut. Caesar, was macht dir die Kamera jetzt? So, dann mal da rein. Sag ich doch. Ja, schneid doch rum, genau. Auch das war wieder vollkommen klar. Oh, 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 oh. Und wir schafft. Oh, oh. Wow. Das habe ich kommen sehen. In Ordnung. So. Runter wäre eine Option. Alter, was ist hier? Gemäuer, Höhlen. Da rennt der freiwillig dran rum, ey. Ah ja, okay, da rüber. Kann ich hier springen? Ich sehe nichts. Was ist für eine doofe Kamera-Einstellung? Kann ich hier runterspringen? Ah ja, okay. 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 Ist hoch oder runter? Oh Gott, das ist schwerer, als es aussieht. Ah ne, ich muss da rüber. Oh, Alter. Muss ich mich jetzt da unten dran festhalten, oder was? Das hat doch niemals Sinn. Oh. Oh. Alter. Was stimmt denn nicht mit dem? Ja, super. Jetzt? Hier runterlassen, oder was? Alter, Alter. Guck dir das mal an. Oh mein Gott, das ist Avery Siv. Oh, okay. Alter. Oh mein Gott. Komm ich in die andere Richtung auch? Na, erst mal hier hin. Hier. Oh, ist das ein Kram, ey. Boah. 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 Ja, warte es. So Na ja dann Boah, das kannst du ja nicht schaffen Oh nee, du siehst auch nix Du siehst gar nix Na wo muss ich denn da springen, ey Du siehst nix Lach doch noch Der Knetkopf Ja wie soll ich denn da rüberkommen Mal ehrlich